Ich lerne Deutsch. Nummer 15.094 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie viele Orangen muss ich auspressen? Eine Möglichkeit, Vokabeln zu lernen, besteht darin, sie in einem bestimmten Kontext zu verwenden. Eine Möglichkeit, Vokabeln zu lernen, besteht darin, sie in einem bestimmten Kontext zu verwenden. Wir halten zusammen, egal was passiert. Wir halten zusammen, egal was passiert. Wir halten zusammen, egal was passiert. Der Bericht wurde gründlich überarbeitet. Der Bericht wurde sehr genau durchgesehen und verbessert, um Fehler zu korrigieren und den Inhalt zu optimieren. Ich bin mit Freunden auf einem Volksfest. Am Nachmittag ging es los. Ich bin mit Freunden auf einem Volksfest. Am Nachmittag ging es los. Ich bin mit Freunden auf einem Volksfest. Am Nachmittag ging es los. Ich kleide mich gerne stilvoll. Ich kleide mich gerne stilvoll. Das bin ich so schon immer gewohnt. Seit dem Unfall habe ich oft tagelange Nackenschmerzen. Seit dem Unfall habe ich oft tagelange Nackenschmerzen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin mit Freunden auf dem Unfall. Ich bin mit Freunden auf dem Unfall. Ich bin mit Freunden auf einem Schmerzen. Ich bin mit Freunden auf dem Unfall. Ich bin mit Freunden auf dem Unfall. Vielen Dank.